auf hinten ja nicht zur Kirche zu welcher fucking Kirche? nein zu keiner Kirche so die dreier Reihe da muss man wieder warnen das ist echt geil alter und dann ist Smack Out da ist einer gelandet dann ist Switch um oh my god ich weiß nicht wohin ich hab'n Quad, ich hab'n Quad auf deiner Seite ist auch einer gelandet hier sind sie überall gelandet Daniel ich hol dich ab komm raus ich bügel grad einen tot komm her ich bin im Backsteinhaus am Backsteinhaus waaaaaah 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 ich hab ne Granatweg geschmissen Leute ich hab mich getötet alter was machst du da? du hast mich getötet alter du hast mich getötet alter der andere hat ne Gnade ich hab mir Granatengeschmissen vor der Hütte in meiner Leit ja der andere kommt grad rein mit ner Pumpgun alter ja du hast auch nix du hast Parkplatz ahja draußen steht ein Quad ahja draußen steht ein Quad warum sterb alter was soll denn das fuck you Alter wie zur Hölle hab ich dich gekillt du hast genau in dem Moment wo du gesagt hast äh die Granate ich hab ne Granate geschmissen bin ich in die Hütte reingelaufen aber ich hab so oben geschmissen ahja wahrscheinlich geht es durch Wände da oben war nämlich noch jemand mit mir den hab ich die ganze Zeit gepügelt und ich hab sie mir direkt vor die Füße geworfen und du verwechselt ahja mir hat draußen schon einer Ding reingeballert alter äh mit der Pumpgun dreiknaller oh warum landen die genau bei uns oh warum landen die genau bei uns ich hab mir Squad geschnappt ich hab gedacht du bist vielleicht nach unten und kannst gleich rauskommen dann bin ich einfach weggefahren ja ich hätt rausgekommen ja ich hätt rausgekommen